Die Entwickler haben eine weitere Pack-Umfrage für das Kunst- und Handwerk-Accessoire-Pack gestartet, die ich in diesem Video genauer vorstellen möchte. Wenn ihr über den Link in der Beschreibung auf die Umfrageseite geht, könnt ihr insgesamt 15 Objekte dieser Sammlung auswählen und so eure Klamotten-Favoriten bestimmen. Es stehen 20 verschiedene Kopfbedeckungen, 5 Gesamtautfits, 9 Oberteile, 7 Paar Schuhe und 8 verschiedene Beinbekleidungen für Frauen, sowie 9 Oberteile für Männer, 5 Hosen und ein Paar Schuhe bereit. Auch für Kleinkinder und Kinder gibt es 23 verschiedene Optionen, aus denen ihr theoretisch wählen könnt. Interessanterweise stehen auch mögliche neue Outfits für Hunde und Katzen bereit, die sehr warm und kuschelig aussehen. Dafür würdet ihr theoretisch die Hunde- und Katzen-Erweiterung benötigen. Die nächsten Umfragen zu diesem Pack finden dann im März mit dem Objekte-Stil sowie die letzte Abstimmung mit dem Pack-Titel und Icon im April statt. Den Link zur Umfrage findet ihr wie immer in der Beschreibung. Welches Objekt fandet ihr besonders toll? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.